Ich bin ruhig. Ja klar, ich schwimm doch nicht mit der Masse, das weißt du doch. Mach nix, ich wage. Ich werfe alles auf die Waage. So sieht das Licht aus. Was macht denn der? 13 Spur wechseln, das war aber ganz schön eng jetzt. Jetzt war ich wieder auf der Kupplung anstatt auf der Bleibsitz. Das passiert mir jedes Mal. Nee, vorhin bin ich Kuppeln gefahren und jetzt nicht. Und deswegen bin ich da besser auf dem falschen Pedal gewesen. Ich muss ja bei dem anderen schon außenrum. Ja. 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 Ich weiß, die Idee ist schwer. Ja, der kommt bei mir nicht vorbei, aber ich mach jetzt unbedingt die Tür auf. Ich hab mich erbaut. Ich hab mich erbaut. Ich hab mich erbaut. Ich hab mich erbaut. Ich fahre keinen Mercedes, ich mag den nicht generell. Hexleiter habe ich meistens Probleme und wenn dann suche ich mir das geringste Übel aus und das war für mich jetzt der hier.